Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 4. Vor uns wartet die Loren-Fahrt des Grauens, das kann ich euch versprechen, mit einer der nervigsten Parts im ganzen Spiel, die absolute Hölle. Kettensägenfreaks, mutierte Typen, das volle Programm, sag ich euch. Versuchen wir es einigermaßen intelligent zu lösen, ich hoffe, wir werden hier nicht abkacken. Pass mal schön alles liegen, liegenbleiben, liegenbleiben, nachladen. Ach, der ist weg. Okay. Einigermaßen viele vor uns. Adieu. Nachher machen wir hier noch so einen Turn, das wird echt tacke. Das Ziel wird dann ultra schwierig. Oh Gott, da ist der Kettensägenfreak. Okay, 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 das Ding müssen wir schnell treffen. What? Piss dich. Weiter nochmal auf. Sieht so aus Nee, genau Das ist richtig Man muss sich natürlich In so ein Vieh hier verwandeln Alter Schwede Nicht mit dem Commander, mein Freund Müssen schnell Die Waffen nachladen Oh mein Gott, ey Ganz ernsthaft, wie behindert war das denn bitte? Haben wir hier alle? Jo, haben wir Solange ihr nichts macht Bleibt ihr genau da, wo ihr seid Das meine ich mit Zielen Wow Komm hoch Okay Tja Was soll ich sagen Munitionstechnisch Eher so ein bisschen am Sack Heilungstechnisch geht's eigentlich Gut, haben wir hier jetzt irgendwie noch Funkli, Funkli Nix Der Opferstein Damit können wir den Löwen füttern Und Die Tür passieren Schätze waren hier nicht, oder? Nup Das ist die Tür Ein Fahrstuhl Natürlich Na klar Aber es geht wenigstens aufwärts Die Lohrenfahrt steckt mir immer noch in den Knochen Was ein Dreckspassage Ganz ehrlich War da sonst noch was? Ne Oder? Was liegt nun vor uns? Irgendwelche Krümmlingräume Was sind retailer? Was ist der Oh Man könnte meinen, er ist ein wenig selbstverliebt. Ha. Darauf geschissen. Gehen wir mal rüber. Da hinzurennen, das hat erstmal gar nichts. Hier ist nix. Gar nichts, das gibt's doch nicht. Na dann. Können wir die nicht einfach direkt runterschießen? Jetzt. Ich hab dir in den Arsch geschossen. Du Sack. Ich wollte dich eigentlich wegtreten, aber nö. Na komm, wir rüber. Na komm, wir rüber. Ihr Idioten. Ich bin bereit, wo seid ihr Idioten denn? Da oben gurkt die rum. Zack, der hat's hinter sich. Komm, wir sammeln erstmal hier alles ein. Wahrscheinlich guckt da über mir noch einer rum, den ich jetzt nicht sehen kann. Der freudig vor sich hinbetet. Das ist erstmal kein Problem. 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 Ich kann nicht drücken. Und es ist erstmal ein Problem. Das ist erstmal ein Problem. Ich schaue mir die Sache nochmal oben an. Ich weiß, da unten ist... ...der Hebel. Selbstverständlich würde ich natürlich alles abrasen. Nichts. Der geht jetzt ganz hoch hier. Ich glaube, dann komme ich jetzt hier runter. Oder darüber, besser gesagt. Genau. Blöd Mann. Blöhrg�. Blöhrgäh. 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 Erилась. Ach blöd, war hier kein Schatz? Irgendwie habe ich hier doch einen Schatz in Erinnerung. Naja, dann wohl nicht. Wow! Quatsch, ich muss ja hier rüber. Kann ich hier mal so einen Schutz? Ich kann hier schön einfach poolen. Wieviel kommen denn hier? Das ist ja nicht auszuhalten. Hab ich gesagt, von wo kommen die denn alle? Das ist ja nicht auszuhalten. Adieu. Ich bin ganz auszuhalten. Ich bin ganz auszuhalten. Geh. Ich bin ganz auszuhalten. Ja. Ja, genau. Die Geschichte. Lauf, Leon. Lauf. Wir laufen weiter, was das Zeug hält. Komm schon, zieh dich hoch, mein Freund. Mein absolute Favorite. Ein Traum. Quicktime Events. Wie ich sie liebe. Durch hier. So nice, you could join us, Mr. Scott Kennedy. You again. The sacred right that's about to begin at this tower shall endow the girl with magnificent power. She will join us, become one of us. This is no ritual, it's terrorism. Isn't that a popular word these days? Not to worry. We've prepared a special ritual for you. Na prima. Na prima, Ballerina. Ich bin totaler Fan von diesen Drecksleibwächtern. Gegen den ersten hatten wir ein bisschen Glück mit dem Bug. Ich weiß gar nicht, müssen wir auch noch gegen den zweiten? Oder gegen Salazar direkt? I don't know. Ich bin totaler Fan. Wo kommen die denn? Ach da, alles klar. Die Dreckigen sicher sehr oft. Da düsen die runter, müssen es dann links halten. Ups. Natürlich müssen wir hier lang, sonst kriegen wir den Schatz nämlich nicht. Wo bleibt das Fass? Kein Fass mehr. Ach, Scheiße, Dynamit-Heinis. Ich hasse Dynamit-Heinis. Moment, wo ist denn hier der Schatz? Genau. Was ist das? Ich schatze nämlich auch mit. Hm. Ja, 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 damit komme ich hoch. Aber da bin ich immer noch nicht am Schatz, oder? Ja, es ist zu schwer beladen, na klar. Schiff. Okay, okay, okay. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ich komme mir nicht raus, weil ich bin zu schwer beladen. Richtig? Habe ich das richtig verstanden? Es sind einfach zu viele hier drauf. Autsch. Kleiner Freak. Okay. 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 Mein Gott. Okay. Strategiewechsel. Verpisst euch. Alle hier von meiner Plattform. Leider? Das war's für heute. Scheiße! Sehr gut. Ist das anstrengend hier? Kann ich hier nicht rüber? Nein! Achso, hier lang. Ja, Mist! Da ist der Schatz, ich sehe ihn doch. Ich muss da irgendwie hin. Leon, spring hier rüber, Mann! Hm. Ich verstehe. Man muss da hin. Aber ich komme hier nicht runter. Ich müsste wieder runterfahren. Ist das richtig? Tja, ich müsste wieder runterfahren. Oder komme ich von hier draußen da irgendwie dran? Kann natürlich auch sein. Ich höre die doch irgendwo, die dreckigen Viecher. Irgendwo eine Etage unter uns krebsen die noch rum. Und gleich rief mir irgendjemand. Das ist der Dynamit im Arsch. Da. Da. Wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Achso, alles klar. Fuck you all, you little asses. Wie immer noch? Das ist mein Hase. Alright, Freunde. Hui, das war eine nervenaufreibende Folge. Jede Menge Munition ist gelassen worden. Wir kriegen Magnum-Munition. Das bedeutet, da geht es richtig ab. Oder nehmen... Ach komm, wir schauen nochmal beim Händler. Vielleicht hat er noch was? Wie sieht es mit dem Tune aus? Red 9. Kapazität. 22. Die Broken. Da nehmen wir auf jeden Fall die Feuerkraft mit. Die können wir gebrauchen. Wie sieht es bei der Striker aus? Die Kapazität. Mal kurz geguckt. Jupp. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Vielen Dank. Verkaufen. Zepter, weg damit. Die noch nicht, auch noch nicht. Alright Freunde, für heute war es das. In der nächsten Folge gehen wir da rein und ich bin mir nicht sicher, aber der Endkampf sollte nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Hui, ich muss durchatmen, Pause machen, bis zum nächsten Mal. Bewertung nicht vergessen, Schluss und Aus. Ich verflüssige mich und bin raus. Bis zum nächsten Mal.